Hallo und herzlich willkommen zur Dienstagspolitik mit der großartigen Romy Höhne, die zu meiner rechten, linken, ich weiß es gerade nicht, sitzt. Hallo Romy. Hallo André. Es ist total schön und ich weiß immer noch nicht, auf welcher Seite von mir du sitzt. Ich wollte es mir merken und ich habe es wieder nicht hingekriegt. Ich bin im Stream, ja genau, ich bin im Stream, genau auf der Seite. Da? Nee, andere Seite. So? Ja genau, da bin ich. Mit dem, okay, mit dem großartigen André Lampe. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Wir machen heute, wie es dienstags üblich ist, mal wieder die Dienstagspolitik und wir haben letztes Mal mit RealPolitics2 angefangen auf Neuseeland. Ja, und da befinden wir uns jetzt auch gerade. Und ja, wir haben ein bisschen das ins Tutorial reingeguckt. Ich habe mittlerweile ein bisschen weitergespielt und auch einiges gelernt. Längst nicht alles, was es zu wissen gibt über dieses Spiel, ganz offensichtlich. Aber ich habe ein paar Erkenntnisse gehabt, aber ich freue mich wahnsinnig auf heute. Irgendwie ist die Vorweihnachtszeit dann doch stressig, aber überhaupt gar nicht wegen Weihnachten, habe ich dieses Mal das Gefühl. Meine alte Wohnung muss noch renoviert werden. Hier ist immer noch Chaos. Ich möchte gar nicht die Kamera zur Seite drehen. Also gerade der Bildausschnitt hinter mir, dass man sieht, dass nicht irgendwie total wildes Chaos ist. Doch auf der einen Seite, da sieht man so ein bisschen was im Anschnitt, dass da Zeug noch hinten steht. Ja, also neue Wohnung und alte Wohnung ist immer noch ein Thema und diverseste andere Sachen, die privat gerade abgeht. Wie geht es dir, Romy? Total gut. Ich hatte gestern meine letzte Veranstaltung für dieses Jahr. Ich hatte gestern noch so einen kleinen Workshop. Und der ist sehr gut gelaufen und ich freue mich gerade, dass ich so langsam anfangen kann, auf meinem Schreibtisch alles zusammenzupacken. Und die Kiste für den Schredder wird immer größer und ich freue mich. So nach und nach kann Weihnachten werden. Und bei mir zu Hause ist ja schon vor ein paar Wochen das Erzgebirge ausgebrochen. Und es wird jetzt gerade nur noch näher. Nur einen Weihnachtsbaum will ich nicht ins Dachgeschoss schreiten. Achso, wegen dem Weihnachtsschmuck meinst du? Das Erzgebirge ausgebrochen? Genau. Ist gerade für mich, als du sagtest, das Erzgebirge ausgebrochen, da musste ich direkt an Corona-Zahlen denken. Es tut mir leid. Das ist auch einer der Gründe, warum wir dieses Jahr zu Hause bleiben. Also ist der Grund, warum wir dieses Jahr zu Hause bleiben und meine Eltern nicht besuchen. Okay, ja. Ich werde auch hier in Brandenburg bleiben und meine Eltern nicht besuchen. Also wir werden hier schön für uns alleine Weihnachten feiern und vernünftig mit dem Arsch zu Hause bleiben. Aber ich brauche auch diese Zeit. Und mal abgesehen davon, direkt nach Weihnachten ist Kongress, wo ich wahrscheinlich auch wieder die ein oder andere Geschichte moderieren werde. Also den Chaos Communication Congress, die Chaos Remote Experience heißt es dieses Jahr. Da werde ich wohl das ein oder andere moderieren als Herald. Also quasi Talk und dann nachher die Q&A. Das muss in diesem Jahr natürlich ein bisschen anders gemacht werden. Also da werde ich was machen. Aber natürlich werden wir auch nächste Woche wieder streamen. Also den Dienstag nach Weihnachten gibt es hier wieder Dienstagspolitik. Hatten wir ausgemacht, ne? Genau, wir ziehen durch. Ja, finde ich auch super. Ich freue mich drauf. Genau, und nächste Woche gibt es auch eine kleine Neuerung in der Dienstagspolitik. Und ich hatte es schon vor Monaten versprochen und jetzt machen wir es wirklich. Und auch ich werde Kanalpunkte ermöglichen. Das heißt, wir machen eine Minute Politik ringsum über Neuseeland. Ja, aber erst... Weil wir in der letzten Woche... Aber erst ab nächste Woche, ne? Erst ab nächster Woche. Ja. Du hättest es heute schon gerne gehabt? Naja, natürlich. Ich bin total gespannt, was du alles so zu erzählen hast. Und... Ne, aber ich habe dich unterbrochen. Entschuldige bitte. Erzähl weiter. Geh mal hier. Ja, weil es ganz spannend ist. In der vergangenen Woche haben wir uns, als wir so ein bisschen getestet haben mit dem Spiel, haben wir irgendwann angefangen, uns über diesen Demokratieindex zu unterhalten. Und diese Klassifizierung von vollständigen Demokratien und Autokratien. Und Neuseeland ist, glaube ich, irgendwo unter dem Top Ten in der Staaten der Welt, was diesen Demokratieindex betrifft. Und ist ein super spannendes politisches System. Es ist ein sehr schönes Beispiel, wie Demokratien sich über die Jahrzehnte entwickeln können und weiterentwickeln können. Und ja, da habe ich gedacht, da fangen wir mal an mit einer kleinen Politikminute zu Neuseeland. Und ich wollte aber heute noch nicht damit anfangen, weil ich eigentlich das Spiel gern noch ein bisschen besser begreifen möchte. Und da freue ich mich tierisch, dass du schon mal reingespielt hast, weil ich den Eindruck habe, ich habe noch nicht so richtig das Gefühl dafür. Auch so ein paar Dinge, wo ich so im Nachhinein letzte Woche überlegt habe, naja, wenn beispielsweise die Erfolgsaussichten für irgendein Abkommen oder irgendwas, wenn das nur bei 65 Prozent liegt, sollten wir das dennoch machen oder sollten wir es nicht machen? Weil wenn es nicht klappt, werden uns Punkte abgezogen und so. Und über solche Sachen habe ich irgendwie noch nachgedacht in dieser Woche und bin total gespannt, was du noch uns berichten kannst über das Spiel und wie es funktioniert. Ja, also ich habe so ein bisschen festgestellt, nachdem ich so reingespielt habe, in einem anderen Spielstand, wenn ich jetzt hier auf Australien klicke, dann können wir halt diese verschiedenen Aktionen machen, positive Aktionen. Und wenn ich auf Beziehungen verbessern gehe, das können wir ja gerade nicht, weil das haben wir gerade irgendwie gemacht. Nehmen wir mal ein Land, was wir wahrscheinlich noch nicht hatten. Das hier ist... Was ist denn das? Taipei. Taipei? Taiwan. Was ist Taiwan? Oh ja, Taiwan. Entschuldigung. Ja genau, Taipei ist die Hauptstadt. Wenn ich hier jetzt auf Beziehungen verbessern gehe... Beziehungen verbessern, halten für ein Jahr an. Länger nicht. Das heißt, das ist so eine Sache, die eher kurzfristig ist. Es ist zwar günstig, aber wir machen damit nicht... Also wir sollten das nicht spammen. Also irgendwie über die Maßen benutzen, sondern tatsächlich nur als ein Mittel, um bestimmte Dinge zu erreichen. Also das ist halt so, wir haben das jetzt überall gemacht und bei vielen war es erfolgreich, aber dann haben wir gute Verhältnisse für ein Jahr. Aber das ist dann quasi so, wir sollten ein bisschen besser planen, wenn wir die Sachen verbessern, hier, Beziehungen verbessern, das hat da jetzt dann nicht geklappt. Oder Wohlwollen erlangen und sowas. Diese Sachen sind alle temporär. Wenn wir kooperative Aktionen angucken und dann Kooperationsabkommen anbieten, hier, Beziehungen Neuseeland-Papa-Neu-Guinea, 730 Tage. Also das läuft dann schon über... irgendwie, ja, zwei Jahre irgendwie. Also das ist dann schon eine langfristigere Geschichte. Und deswegen ist es auch teurer. Ja, das erschließt sich ja auch ganz logisch. Ja. Also das eine ist ja quasi nur so ein Austausch von Nettigkeiten. Und das andere ist ein klares Übereinkommen, in welchen Bereichen man zusammenarbeiten will und was die Konditionen dafür sind. Deswegen ist es wahrscheinlich teurer. Aber es hält dann auch länger an, weil man macht sich die Mühe ja nicht nur für ein Jahr. Genau. Das heißt also, dieses, wir machen mal hier gute Beziehungen, da gute Beziehungen, was ich am Anfang irgendwie so gemacht habe, das ist gar nicht so zielführend. Ähm, sondern wenn wir das machen, dann sollten wir mit denen auch Verträge schließen. Und ich glaube, da sollte man reingucken. Und was ich festgestellt habe, ist halt diese Aktionspunkte, die wir hier haben. Ähm, wir generieren, ähm, Aktionspunkte, monatliche Aktionspunkteinnahmen 385. Das ist halt nicht wahnsinnig viel. Ähm, und da müssen wir halt echt mal so drauf gucken, äh, dass wir da mehr bekommen. Das kann durch einen Spion funktionieren. Äh, aber auch durch verschiedene Boni, die wir bekommen, indem wir Projekte abschließen. Okay. Und, ähm, ja, also quasi daran sollten wir forschen. Unser, ähm, Index menschlicher Entwicklung ist super. Wir haben Ressourcen alle irgendwie im Plus. Geld sieht auch gut aus, was wir da, was wir da haben. Ähm, Punkteeinkommen ist auch okay, würde ich jetzt mal sagen. Auf uns werden auf jeden Fall die ersten zufälligen Aktionen zukommen. Wir können jetzt halt überlegen, ob wir versuchen, 4000 Aktionspunkte anzusparen, um, äh, einen Spion zu beauftragen. Weil ein Spion kann bei anderen Ländern Spionage betreiben und dann auch uns Aktionspunkte verschaffen, beispielsweise. Damit wir besser handeln können, tatsächlich. Also, und diese Mechanik erschließt sich mir auch total. Aber so 100% durchdrungen habe ich es noch nicht. Auf jeden Fall sind wir, was die Aktionspunkte angeht, echt mies stehen wir da. Und, ähm, wenn wir jetzt mal auf die Projekte gucken. Wir haben im Moment zwei Sachen laufen. Ach so, genau. Das wird, genau. Wir haben zwei Sachen laufen. Die, die, die laufen jetzt ja noch. Erst wenn ich einmal Start drücke, sollten die hier, äh, ah, ich muss die einzeln ausklappen anscheinend. Wenn ich, äh, das Spiel wieder geladen habe. Hier laufen Projekte und, ähm, diplomatische Aktionen wird durchgeführt. Wir machen ein Handelsabkommen mit Fiji. Äh, das heißt, wir sollten halt tatsächlich versuchen, solche Verträge zu schließen und jetzt auch mal in diese Aktionen reinzugucken. Ähm, positive Aktionen, Investitionen, ähm, Beziehungen verbessern nur, wenn wir was haben wollen beziehungsweise wenn wir so eine kooperative Aktion machen wollen, wie, ne, ein Handelsabkommen. Da brauchen wir, ähm, gute Beziehungen. Hier ist, äh, Vanuatu haben wir Beziehungen nur von 89 und wir brauchen über 100. Ne, und da macht es dann Sinn, dass wir diese kurz pushen, um so ein Handelsabkommen zu machen. Aber uns fehlt dazu noch mehr. Ja, aber quasi solche Sachen, äh, solche Sachen zu machen, das Handelsabkommen dauert auch nur zwei Jahre. Das heißt, wir müssen da immer hinterher sein, solche, ähm, Geschichten zu haben. Und diese Handelsabkommen helfen uns halt auch bei der wirtschaftlichen, äh, Geschichte, die werden hier mit aufgeführt. Wo, wo ist es denn? Wirtschaft, glaube ich. Genau, hier unten. Wir haben Investitionen im Moment in Papua-Neuguinea und in Fidji und die generieren, also wir pushen deren BIP, aber wir, äh, kriegen davon halt noch, äh, auch Einnahmen. Aber erst, wenn wir dann auch, äh, das Ausbeuten, ein Handelsabkommen machen und sobald wir ein Handelsabkommen machen, können wir sowas machen wie, ey, wollt ihr uns nicht mal Rohstoffe schicken oder Rohstoff tauschen und sowas. Also es ist halt, es fängt halt langsam an. Wir müssen hier wirklich von Grund auf die Beziehungen halt pflegen, aber dann halt nicht nur eine Aktion und dann ist unser Standing besser, sondern mit einem Plan dahinter ist so das, was ich gelernt habe. Irgendwie. Und was halt immens wichtig ist, sind die Projekte, die, in die wir auch reingucken werden, ähm, wenn das nächste abgelaufen ist. Ich glaube, da müssen wir halt echt drauf gucken, was bringt uns, äh, AP, ähm, welche Sachen können wir machen und die dann wirklich gegeneinander abwägen. Also, dass wir uns die kurz alle mal zusammen angucken, vielleicht kurz eine Notiz dazu, ähm, machen und dann auf dieser Basis anfangen, äh, zu entscheiden, welche wir denn da als nächstes nehmen. Ja, ich hätte zumindest einen Vorschlag, wie wir, wie wir anfangen könnten. Ja. Achso, eine Sache meinte ich, äh, habe ich noch. Ähm, ich würde, äh, bei den, ähm, bei den, äh, Rekrutierungen, die würde ich jetzt, äh, beenden. Also, die Armeeproduktion. Ja. Weil, dafür haben wir, haben wir sehr viel ausgegeben, jetzt haben wir schon wieder ein paar Aktionspunkte mehr und wir brauchen jetzt erstmal diese Armeen jetzt nicht so dringend. also die, die wir, äh, äh, die, die wir jetzt produziert haben, haben wir jetzt halt, aber diese Ressourcen, also das ist halt nett zur Verteidigung und das sorgt auch für, ähm, für, für Arbeitsplätze. Also, wenn wir dann, wenn wir dann mal hier auf die Wirtschaft gucken, ähm, ne, das ist, äh, ne, Bevölkerung und Bevölkerungswachstum ist es nicht. Ich glaube, hier, Bevölkerung Arbeitslosenquote sind wir bei 5,03% äh, und Arbeitslosigkeitswachstum ist 0,08. Das heißt, eventuell wäre das nächste Projekt fokussiert auf AP oder Senken der Arbeitslosigkeit. wäre so mein, wäre so mein, äh, wäre so mein Ansatz. Mhm. Ähm, und im, äh, es steht die Frage im Raum, ob wir eventuell 4000, äh, AP aufsparen, um einen Spion zu haben, weil der kann nicht nur, wie wir es im Tutorial gelernt haben, halt Ansprüche fingieren, dass wir was übernehmen können, sondern ein, äh, Spion kann halt auch, ähm, Spionage am Land, äh, betreiben, oder Investitionsmöglichkeiten aufzeigen, oder Firmen aus anderen Ländern eine feindliche Übernahme fingieren und so eine Scherze, also auch Wirtschaftsspionage und all so eine Geschichten machen, oder halt auch, ob jemand aggressiv auf uns ist, aber vor allem kann er auch andere, äh, Regierungen ausspionieren und das bringt uns Aktionspunkte. Also, ja, also ich meine, äh, das Grundgeschäft der Spionage ist ja, dass man weiß, was in anderen Staaten so passiert, um sich selbst einen Wettbewerbsvorteil zu geben oder sich besser zu schützen. Genau. Nachdem, wie man da auf die, wie man da drauf guckt. Das, also wir können das machen, für mich wäre jetzt der, der Spion nicht unbedingt so die, das erste Ziel. Ich würde dir mal vorschlagen, was ich mir gerade überlegt habe oder dir erzählen und, äh, vielleicht kommen, bekommen wir den Spion noch in der EU und dann mal gucken. Also, ich habe darüber nachgedacht und was Neuseeland so anbietet und wer so mit Neuseeland Handel treibt und wer so relativ eng mit Neuseeland verbindet und verbunden ist. Da wäre ja als allererstes natürlich Großbritannien als, äh, als Handelspartner durchaus relevant, also ich meine, gleiches Staatsoberhaupt und so und wo wir gerade bei gleichen Staatsoberhaupt sind, könnte man, ähm, das mit Australien noch machen und mit Kanada und weil es so ein riesengroßer Absatzmarkt ist, könnte man das dann auch noch mit den äh, mit den USA machen. Das wäre dann quasi die klassischen Five-Eye-Staaten miteinander verbunden, mit denen Handelsabkommen zu machen. Stimmt, so in Five-Eyes gehört Neuseeland, oder? Ja, ja, gehören sie. Ähm, dann an die EU ranzugehen und möglicherweise in der EU diesen, äh, Spion reinzusetzen, weil die EU ja relativ groß ist und, ähm, es mehrere Einzelstaaten gibt und ich gerade noch nicht weiß, wie eigentlich in dem Spiel Handelsabkommen geschlossen werden, ob das hier wie im echten Leben mit der Europäischen Union ist oder ob hier das mit Einzelstaaten gemacht werden. Es ist immer mit Einzelstaaten, aber wir können auch Handelsabkommen schließen mit Blocks und da sind wir jetzt ja dran, dass wir Blocks bilden sollten. Richtig, also das wäre nochmal so eine weitere Variante. Mir geht's bei der EU darum, dass, da das ja ein einheitlicher Wirtschaftsraum ist, dürfen Handelsabkommen immer nur mit der Europäischen Union in der Gesamtheit geschlossen werden und dass es hier in dem Spiel anders ist, sollten wir zumindest wissen oder immer mal wieder erwähnen. Ja, es ist in diesem Spiel tatsächlich anders. Ich weiß aber nicht, was passiert im Laufe des Spiels. Es kann ja auch sein, dass sich ein oder zwei Blöcke in der, in Europa formen, die dann dafür sorgen, dass du sowas ähnliches hast wie eine EU. Aber erstmal sind die ganzen Staaten am Anfang im 2021 unabhängig voneinander und bilden dann jetzt erst Blöcke. Und das wäre halt auch etwas, an dem wir arbeiten sollten. Also, dass wir tatsächlich irgendwie sowas machen wie mit, Australien, mit dem wir jetzt gute Beziehungen haben oder so, möglichst bald einen Block zu bilden. Weil mit Ländern, mit denen wir in Blöcken sind, da haben wir dann noch ganz andere Investitionsmöglichkeiten und kriegen auch neue Projekte, wo man dann so Sachen machen kann wie um Infrastrukturhilfen bitten, beispielsweise. Oder also, dass man sich gegenseitig fördert und es dann so ein Geben- und Nebendynamik. Also, das ist ganz, ganz interessiert. Wollt ihr nicht das neue Pazifische Bündnis nachbauen? Was ist das neue Pazifische Bündnis? Es ist ein Pazifischer, also, Fumper, ich weiß gar nicht, das ist noch gar nicht so lange her, drei Wochen, vier Wochen, keine Ahnung, wurde ein großes Wirtschafts- Freihandelsabkommen geschlossen zwischen den Staaten des Pazifik-Raums. Allerdings weiß ich jetzt gerade nicht, wie viel das noch wert ist, wenn Australien gerade China vor der WTO verklagt und wir jetzt australischen Wein konsumieren müssen, um die Demokratie in Australien zu stärken. Also, ja, es gibt dieses Bündnis, aber ich weiß, mal gucken, wie jetzt die WTO entscheidet, dann sehen wir, was es tatsächlich wert ist. Okay. Da würde ich mich noch zurückhalten. Ja, also wir haben einige Sachen laufen. Meine Erfahrung aus dem, wo ich es nochmal wirklich angespielt habe, ist tatsächlich, dass man möglichst bald quasi diese Aktion, Blockaktionen zum Block hinzufügen durchführen sollte und nicht darauf warten, dass die Chance höher wird. Also, ich kann ja mal draufklicken. Wir könnten es hier machen und wir könnten auch Wohlwollenspunkte investieren, um das auf 80 zu pushen, weil das hat, genau, das ist auch noch eine Erkenntnis, die ich habe. Ich mach's mal gerade wieder zu. Eine Erkenntnis, die ich hatte, wenn ich jetzt hier auf positive Aktionen klicke. Wohlwollen erlangen ist etwas, was wir nicht die ganze Zeit machen können, sondern Wohlwollen erlangen hat einen Cooldown für jedes Land, aber wenn wir, und das ist nirgendwo, ich hab das nirgendwo gefunden, wo das einem angezeigt wird, aber wenn wir dreimal Wohlwollen erlangt haben, dann können wir das auch ein halbes Jahr generell nicht machen. Okay. Und ähnlich ist es mit den Beziehungen verbessern, da kannst du, glaube ich, irgendwie zehnmal Beziehungen verbessern und dann kannst du zwei Monate keine Beziehungen verbessern, wenn du in einem bestimmten Zeitraum häufig Beziehungen verbessert hast. Weil ich hab das in meinem Spiel dann erstmal gespammt quasi und dann war diese Option plötzlich nicht mehr da. Das heißt, das Spiel zwingt einen quasi, Entschuldigung, ich hab doch gebrochen. Nee, nee, du hast recht, genau. Es zwingt einen dazu, diese Mittel, die wir haben, auch wenn das so diese günstigen und einfach zu Erlangenden sind, bewusst einzusetzen und nicht einfach nur erstmal quasi einzusammeln, von jedem Land erstmal Wohlwollen erlangen, damit man es hat, wenn man gerade nichts weiß sonst, sondern man sollte einen Plan haben und darauf dann aufbauen. Also es macht halt auch schon total Sinn. Es wird einem nicht so richtig signalisiert, wie diese Mechanik funktioniert, aber das ist eine Erkenntnis, die ich hatte. Ich finde das auch schon wieder total nachvollziehbar und logisch. Das Spiel zwingt einen strategisch zu spielen. Das kann man nicht und Politik funktioniert auf Dauer auch nicht, wenn man keine Strategie hat, wenn man die ganze Zeit so hin und her pingpongt und ab und zu mal nett lächelt. Man muss halt Entscheidungen treffen, ob man will oder nicht. Und ich finde das mit der Blockbildung und das auch relativ früh anzugehen, finde ich gut und finde ich richtig und wichtig. Bin aber gerade am überlegen, ob wir unsere Chancen erhöhen, wenn wir insgesamt noch ein interessanterer Partner wären, weil wir beispielsweise mit Großbritannien oder mit Kanada ein Handelsabkommen geschlossen haben. Also ob das unsere Quote, die ja momentan bei 80 liegt, glaube ich. Ob das das erhöht. Was auch spannend ist, ist, man kann relativ einfach aus dem Block wieder austreten, wenn es doof ist. Also es ist halt tatsächlich auch so ein rein und wieder raus gehen, was möglich ist. Das heißt, wir würden nichts verlieren, wenn wir jetzt mit Australien erstmal in einen Block reingehen und dann gucken, das zu formen. Auf jeden Fall ist es halt interessanter, wenn diese Sache von uns ausgeht, weil man dann eher agieren kann mit diesen Block Geschichten. Aber ich weiß, was du meinst. Man könnte sich halt attraktiver machen. Aber wir sollten vielleicht über einen Plan nachdenken, mit wem wir dann eventuell unseren ersten Block anfangen. Dass das vielleicht nicht zwangsläufig Australien sein muss, sondern dass wir hier vielleicht bei den Inseln gucken. Ja gut, die Inseln sind nice to have. Sagen wir es mal so. Das freut die Inseln glaube ich mehr als uns. Ja. Das ist jetzt auch überhaupt nicht so wahnsinnig schlimm. Das können wir gerne machen. Aber ich glaube, wir kommen an den großen Fischen nicht vorbei. Ja. Wenn wir tatsächlich davon wirtschaftlich und eher vor allem wirtschaftlich was haben wollen. Ich meine, wir könnten bei Kanada gucken. Wir haben versucht mit Wohlwollen zu erlangen mit Kanada. Kann das sein? Ja, aber das ist halt auch so genau. Ne, wir haben das gar nicht probiert, aber hier sehen wir schon, wir haben ein paar Mal Wohlwollen versucht zu erlangen und jetzt ist der Wohlwollen erlangen egal mit welchem Land wir das machen. Mit den USA haben wir noch gar nichts gemacht. Da ist Wohlwollen erlangen auch. Müssen wir noch 100 Tage warten, bis wir das nächste Mal Wohlwollen erlangen machen können. Ich glaube, es gab mittlerweile ein Update. Das Spiel ist ja auch noch in der Beta-Phase. Also da wird sich noch einiges verbessern. Aber dann... Mein Kandidat wäre Australien. Dein Kandidat wäre Australien. Ja. Für den ersten Block. Ja. Ja. Also dann wollen wir das direkt machen. Block Aktionen und dann zum Block hinzufügen. Und ich würde dann alle Wohlwollenspunkte draufschmeißen, dass wir 80% Erfolgschance haben. Und unsere... Unser Parlament stimmt dem auch zu. Dann los. Okay. Stetigen. Und das hier läuft dann. Tage verbleiben. 30 Tage dauern die Verhandlungen dafür. Und dann würde ich jetzt einfach mal tatsächlich die Zeit laufen lassen. Besiedlungsaktion. Suche nach natürlichen Rohstoffen wurde erfolgreich in Provinz Campbell Plateau umgesetzt. Wo ist das Campbell Plateau? Hier. Bounty Though. Suche nach natürlichen Rohmstoffen wurde erfolgreich umgesetzt. Und Tasmanisches Decken. Ja. Diese Sachen haben wir gemacht. Was können wir da jetzt tun? Besiedlungsaktionen. Und jetzt, wo wir das gemacht haben, passiert da jetzt irgendwas? Also keine Ahnung. Wir haben irgendwas entdeckt oder? Ich glaube, wir müssen was haben wir hier oben? Leere Generalsplätze. Besiedlungsprojekt verfügbar. So, Landesbesiedlung können wir nichts einleiten. Aber Wasserbesiedlung, weil wir zu wenig Aktionspunkte haben. Ne, Aktionspunkte können wir nicht zu wenig haben. Das ist noch nicht freigeschaltet. Wasserbesiedlung müssen wir da brauchen wir 3.000 Aktionspunkte. Sicherung der nötigen Billigungen und der internationalen Unterstützung zur legalen und permanenten Aufnahme internationaler Gewässer in unser eigenes staatliches Territorium. Da brauchen wir auch Aktionspunkte für. Oh, da ist eine Forschungsexpedition. Das klingt ja spannend. Ja, das ist die nächste Stufe. Also es sind so mehrere. Erstmal internationale Zustimmung, dann Forschungsexpedition, dann Komponentenproduktion, dann temporäre Versorgungsbasis, dann Antidruckschildtest und dann Kontrollübernahme über internationale Gewässer. Das sind jede Menge Aktionspunkte, die wir dafür brauchen, um so etwas zu machen. Und das sind halt solche Projekte, um uns quasi darauf vorzubereiten, erst solche Sachen übernehmen zu können. So, und ich sehe jetzt nicht, dass hier, also wir haben hier Suche nach, wir haben nach Sachen gesucht, aber wir haben es uns noch nicht einverleibt. Besiedlungsaktionen, Suche. Ja, wir haben, wir haben Kolonierohrstoffe entdeckt. Ich weiß jetzt aber nicht. Campbell, wenn ich das auswähle, dann wird mir wird mir hier nichts angezeigt, oder? Wenn ich darauf gehe. Ne, es werden mir Wasserplätze angezeigt, aber keine Rohstoffe. Anscheinend hat das nicht so, also wir müssen diese Rohstoff-Suche auch nicht machen, erst wenn wir quasi, das ist halt auch etwas, wofür wir, das wäre Landbesiedlung und das wäre Wasserbesiedlung. Für uns macht Wasserbesiedlung einfach am meisten Sinn, dafür Aktionspunkte rauszugeben, aber da brauchen wir halt 3000 für, für die erste Stufe und ich glaube, wir haben es auch noch nicht erforscht. Das heißt, wir brauchen ein Projekt dafür. Ich mache mal wieder ein bisschen die Zeit an, dass etwas passiert. Das heißt, wir müssen da oben auch noch ein Projekt umsetzen, wo wir jetzt die ersten Sachen haben. Ich glaube, wir müssen uns jetzt gleich mal wirklich durch diese Projekte durchklicken und alle Möglichkeiten, Möglichkeiten uns angucken, die uns da zur Verfügung stehen und dann halt tatsächlich so ein bisschen strategisch planen. Okay, was wollen wir davon? Wo können wir uns eventuell ausweiten in das Wasser raus, was Sinn macht für uns? Oder können wir neue Blockaktionen machen? Beispielsweise oder wie fördern wir unsere Wirtschaft oder wie kriegen wir mehr Aktionspunkte? Okay, na dann. Ja, die Zeit läuft und die Sachen hier oben. Schauen wir mal in die Projekte. Ja, also im Moment sind sie halt nicht frei. Aber das hier ist in 16 Tagen abgeschlossen. Projekt Umsetzung Politik der Diplomatie. Das haben wir uns letztes Mal. Das wird uns auch helfen, glaube ich. So, diplomatische Aktion zum Block hinzufügen wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. So, jetzt mache ich nochmal Pause und jetzt sind wir halt ein Block mit Australien. Und hier können wir jetzt Blockaktionen durchführen. Und da haben wir jede Menge. Ist einiges auch noch nicht übersetzt, wie man hier sieht. Aus Block entfernen können wir machen. Wir können Australien finanziell unterstützen. Wir können infrastrukturelle Unterstützung geben. Wir können politische Integration machen. Da weiß ich nicht genau, was das sein soll. Australien, dasselbe politisches System wie Neuseeland. Nein. Ja, das mit der Integration ist eigentlich ganz spannend, wenn man zwei Staaten hat, die, wie es auch gerade im Spiel schon da stand, die ein unterschiedliches politisches System haben und man versucht aber trotzdem, dass die sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Dann klappt das nicht nahtlos, weil die einfach anders organisiert sind. Da ist schon manchmal die Frage, welches Ministerium ist zuständig und welche Person ist zuständig, wird zur Herausforderung und mit einer fortschreitenden Integration von Politikfeldern nähert sich das immer mehr miteinander an. Darum geht es und manchmal gibt es auch Integrationsabkommen, die auch darin münden sollen, dass beide Staaten dann tatsächlich zu einem werden. Ich glaube, das müsste der Fall bei Belarus und Russland sein. Ah, okay. Also wir können hier auch annektieren. Da klicke ich auch mal drauf. Also das geht nicht, weil wir müssen erst wirtschaftliche, militärische, wissenschaftliche und soziale Integration. Das sind alles Dinge, die wir auch in Projekten erforschen müssen, dass wir diese Dinge umsetzen können, dass wir innerhalb des Blocks sowohl Wirtschaft, Militär, Wissenschaft und Sozial, soziale Integration anstreben und das hat einen Wert, der mit der Zeit herrscht, langsam hochsteigt. Das heißt, das können wir noch gar nicht machen. Also das ist halt auch, es ist ein Ausblick darauf, wie man hier planen muss und dann kann man, wir können fragen, ob die uns Geld geben und sie können, wir können fragen, ob sie unsere Regierung unterstützen und ob wir Ressourcen von ihnen bekommen können. Vielen Dank. Vielen Dank.